Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die Freunde des Schuvi-Du YouTube-Kanals und natürlich alle neuen und vielleicht zukünftigen Abonnenten, die sich sozusagen mit Informationen über Kinderfüße und Kinderschuhe doch mal wieder etwas Gutes tun wollen. Ich habe mir heute ein ganz spannendes Thema herausgesucht und zwar das WMS-System. Wer ja so mit Kinderfüßen und Kinderschuhe kaufen zu tun hat, an dem Begriff kommt man ja im Allgemeinen nicht vorbei. Und nun stellt sich natürlich für viele die Frage, was bedeutet das? Wir wissen ja alle ganz selbst oder aus eigener Erfahrung, das Bewusstsein für gesundes Schuhwerk ist ja in den letzten 20 Jahren extrem gestiegen. Und natürlich führt auch dieser Aspekt an den Kinderschuhen und Kinderfüßen nicht vorbei, weil man natürlich auch gerade festgestellt hat, diese kleinen zerbrechlichen Teile am Körper eines Menschen, gerade in den ersten Lebensmonaten und Jahren, können natürlich für die späteren Jahre schon mal sehr viel beeinflussen. Und das heißt also, es gibt ja auch diese Prämisse oder das Motto, man sollte möglichst viel barfuß laufen. Dem gebe ich durchaus recht. Wir haben nur den einen großen zivilisationsbedingten Nachteil. Wir haben nicht mehr die natürlichen Böden unter uns, wie noch vor 10.000 oder 15.000 Jahren. Wir leben in einer Welt von Asphalt, Granit, Beton, Laminat, Fliesen und so weiter. Also alles Untergründe, die nicht federn und die den kindlichen und auch erwachsenen Körper beim Laufen, beim Stehen, natürlich stauchen. Und das wird leider immer sehr oft nicht beachtet. Hinzu kommen natürlich die modischen Einflüsse der letzten Jahre oder überhaupt der Jahre, weil ein schick gearbeiteter, vielleicht ein bisschen spitzer Schuh sieht natürlich weitaus toller aus, als ein anatomisch korrekter Barfußschuh. Das wäre zum Beispiel mal an diesen beiden Modellen, wäre das zum Beispiel mal ganz einfach zu zeigen. Und das ist sozusagen der gesündere Schuh, das ist der schickere Schuh. So, zweimal dürfen Sie raten, wenn man das einem sechsjährigen Jungen präsentiert, für welchen Schuh er sich sozusagen entscheiden würde, wenn nicht gerade grün die Lieblingsfarbe wäre. So, aber darum soll es jetzt auch gar nicht sehen. Mit leichten Blick auf den Karton werden Sie sehen, die sind beide nach WMS gearbeitet. Und ich habe auf der anderen Seite auch mal zwei Kartons aufgestellt von unserem anderen guten, super tollen Lieferanten, nämlich von Däumling. Und auch Däumling arbeitet prinzipiell nach dem WMS-System. WMS bedeutet weit, mittel und schmal. Das sind diese drei Fußweiten, nach denen Kinderfüße sozusagen vermessen und eingeteilt werden. Nun hat man aber auch festgestellt, im Laufe der letzten Jahrzehnte, diese drei Weiten reichen nicht aus, weil es gibt ja auch immer sowieso diese Übergangsfüße, die zwischen zwei Weiten hin und her pegeln. Also hat man sich jetzt im Grunde genommen auf fünf Weiten geeinigt. Lässt sich bloß immer, ich sag mal, im industriellen Stil wenig durchsetzen oder umsetzen, weil eben halt die Erschaffung der passenden Leisten und Sohlen ist eine Investition, die geht ins Uferlose. Und so hat man sich ja dann doch wieder auf diese drei Weiten festgelegt. Und ich muss auch sagen, wenn der Schuh ordentlich gearbeitet ist und der Schuh für den Fuß richtig gut sitzt, macht es da keinen Unterschied, ob ich jetzt zwischen zwei, drei oder fünf Weiten wählen müsste. Man hat sozusagen versucht, mit dem WMS-System, es wurde 1974 sozusagen ins Leben gerufen von einem Professor Dr. Mayer, wurde also auch hier in Deutschland erfunden oder sozusagen war die Basis oder das Endprodukt eines jahrelangen Prozesses, weil man ja schon festgestellt hat, ach guck mal an, Kinderfüße sind recht unterschiedlich, so wie auch die Statur eines Kindes ja auch ist. Man hat geografische Unterschiede festgestellt. Im Norden sind die Füße schlanker, im Süden sind sie breiter. Könnte ich jetzt mal ganz humorvoll jetzt auch auf Leipzig umswitchen. Also wir im Norden von Leipzig verkaufen eher den Däumlingsschuh und der südliche Teil, also sprich unsere Filiale in Stötteritz, verkauft eher die breiteren Modelle. Also selbst da merkt man schon kleine diverse Unterschiede, aber das sei nur mal am Rande bemerkt. So und was ich natürlich, ich sag mal deutschlandweit oder ich sag mal weltweit eigentlich sozusagen erkennbar zeigt, anhand der Füße, der unterschiedlichen Breiten. Und das hat man sozusagen versucht mit dem WMS-System ein bisschen zu standardisieren. Ein Standard für Kinderschuhe. Ein Standard, der es dem Eltern einfacher macht, sozusagen den passenden Schuh fürs Kind zu finden. Und da liegt natürlich dann wieder sozusagen der Teufel im Detail. Weil man muss dann Kinderfüße messen. Und zur Grundlage werden also WMS-gerechte Fußmessgeräte gelegt. Auch wir haben solche Fußmessgeräte in den Filialen. Wir haben in Golis das elektronische Messgerät und in Stötteritz das manuelle. Bilder davon werden einfach mal mit eingefügt. Oder könnt ihr, wie gesagt, bei uns dann später noch mit abrufen. Und damit werden Füße gemessen. Das bedeutet aber, wie der Name schon sagt, wir messen die Füße. Wir messen nicht die Größe. Und damit ergibt sich für uns immer nur ein Anhaltspunkt. Ein Anhaltspunkt, mit dem wir arbeiten und mit dem wir dann sozusagen die passenden Schuhe für das Kind versuchen herauszufinden. Weil bei uns heißt es ja noch immer, wir wollen, dass es passt. Und auch hier mit dem WMS-System haben wir ein Mittel gefunden. Jawohl, damit kann man arbeiten. Aber wenn ich zum Beispiel eine Größe 28 messe, heißt das noch lange nicht, dass ich auch im Schuh die Größe 28 nehme. Das ist nämlich wieder der große Unterschied, was viele Eltern nämlich nicht berücksichtigen. Dass es sozusagen einen Unterschied gibt zwischen dem Fuß im Stehen und im Laufen sowie im Abrollen. Das versuchen wir natürlich immer im Geschäft zu zeigen und zu erklären. Und auch selbst, wenn wir jetzt, ich habe jetzt wirklich mal vier Schuhe rausgesucht in der Größe 28 und habe jetzt mal spaßeshalber überall die Sohle herausgenommen. So, und auch da werdet ihr jetzt sehen, wir haben, wie sagt man so, genormte Schuhe. Und trotzdem kommt dann sozusagen dieser Unterschied heraus. Und daran merkt man auch wieder mal, so einfach, wie man das immer gerne möchte, ist es im Endeffekt nicht. Weil auch das WMS-System unterscheidet sich je nach verwendeter Sohle. Und danach richtet sich sozusagen die Innenlänge. Und das ist ja für uns schließlich das Ausschlaggebende. Nicht von ungefähr, sagen wir also zu unseren Eltern, vertraut nicht immer auf das, was da unten dran steht, diese Zahlen folgen. Sondern guckt euch die Kinderfüße an und guckt euch sozusagen auch die Schuhe an. Wir als Kinderschuh-Tanten gucken ja nicht nur nach der Länge und nach der Breite, wie wir es gemessen haben. Sondern für uns ist ja sozusagen auch die Spannhöhe etwas, was in keinem Messgerät oder mit keinem, wie soll ich sagen, zweidimensionalen Geräten sozusagen erfasst werden kann. Das schauen wir uns an. Und danach suchen wir sozusagen den optimalen Schuh fürs Kind, weil der Schuh soll ja auch zum Kind irgendwo passen. Und wenn das eine Harmonie bildet, dann haben wir sozusagen den perfekten Schuh fürs Kind. Nur mal auch so zum Vergleich, habe ich jetzt sozusagen von auch jeweils vier Lieferanten, die nicht nach WMS arbeiten, gleichfalls mal die Innensohlen herausgerohlt. So, wie man dann natürlich sieht, auch hier ist der Unterschied noch ein bisschen gravierender. Und wer ganz genau hinschaut, der sieht sogar einen Unterschied, der fast ein, manchmal sogar anderthalb Nummern ausmacht. Nämlich zwischen der vorderen und der ganz hinteren Sohle. Da sind wir aber ganz stark mit 9 Millimetern unterwegs. Das heißt also hier, wir haben einen Unterschied von zwei, fast zwei Größen. Was will ich Ihnen damit sagen? Und zwar, WMS ist zwar alles ganz gut und schön, wenn es auch angewendet wird, aber es ist kein Dogma. Es ist immer nur ein Hinweis oder eine Richtlinie, ein Anhaltspunkt. Sagen wir nicht mal Richtlinie, es ist einfach nur ein Anhaltspunkt. Und demzufolge macht es auch immer wenig Sinn, wenn ich losgehe und zum Beispiel jetzt hier immer Schuhe nur eine Nummer größer kaufe, wenn mein Kind schon hier vorne sozusagen gegenstößt. Was macht das für einen Sinn? Nämlich gar nicht. Wenn man immer davon ausgeht, dass beim Neukauf mindestens 12 Millimeter frei sein müssen, habe ich wenigstens 9 Millimeter, wenn ich nur eine Nummer größer nehme. Also, was sagt uns das wieder? Auch dazu haben wir schon mal ein Video abgedreht. Das würde ich euch mal noch mit wärmstens empfehlen. Und zwar, wie viele Nummer größer muss ich Kinderschuhe kaufen oder welchen Freiraum muss ich beachten? Auch dazu gibt es nochmal ein tolles Video von unserer Seite. Also ihr seht, und das ist auch immer das, was wir unseren Eltern sehr nahe legen, kauft nicht nur Schuhe nach den Zahlen, sondern kauft Schuhe, von denen ihr sicher seid, dass sie auch passen. Und dazu gehört dazu, wenn ich sie schon nicht im Fachgeschäft kaufe, dass ich mir zumindestens zu Hause mal die Passform anschaue, mein Kind auf die Sohle stelle und mir insgesamt mal das gesamte Laufbild beim Lauf im Korridor, in der Stube, wo auch immer, mal mit anschaue. Aber kauft bitte nicht planlos. Hintergrund meines Appells ist natürlich auch, dass immer noch viel zu viele Kinder mit viel zu kleinen Schuhen unterwegs sind. Wir haben es erst letztens wieder erlebt, auch eine Stammkundin von uns, Nachwuchs bekommen, kommt nach dem Urlaub zu uns mit dem kleinen jungen Mann, trägt am Fuß eine Größe 18. 18, wissen wir, verkaufen wir kaum noch, weil die Füße heutzutage alle größer geworden sind. Mag es sein, wenn es ein kleines zierliches Kind, manchmal auch ein Frühchen ist, dann mag das irgendwo schleichen, dann komme ich auf eine Größe 18 im Schuh. So, der junge Mann ist natürlich hier, oder der kleine Mann, sage ich mal so, ist dann sozusagen mit einer Größe 21 wieder rausgegangen. Und es war sozusagen das dritte Kind in Folge. Also selbst Mamis mit mehreren Kindern passiert leider immer noch dieses kleine, kleine gravierende Fehlerchen, Schuhe zu klein zu kaufen. Oder zu klein zu übernehmen, weil es die Freundin hat dagelassen, sagt, guck mal hier, hast du einen kleinen Bub gekriegt, guck mal, die müssen doch passen. Ja, so ist das halt mit den Geschenken. Auch hier wieder heißt, lasst es bitte überprüfen, zieht bitte nicht alles wahllos an, weil ihr tut damit den Kinderfüßen keinen Gefallen. Der kleine Bub konnte nichts sagen, weil er sowas nicht kennt. Er hatte keinen Vergleich und es sind die ersten Eindrücke, die einen so für später prägen. Und die natürlich auch die Füße prägen, weil die merken sich sowas. Nehmt es einfach zu Herzen, besucht mal ein Kinderschuhgeschäft eures Vertrauens wieder und nehmt das alles mit auf den Weg. Wir Kinderschuh-Tanten generell in ganz Deutschland würden uns freuen. In diesem Sinne noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Videodreh dann.